Ja, schönen guten Morgen, liebe Fans des FC Eilenburg, hier zur Vorberichterstattung auf das Spiel gegen Energie Cottbus. Und natürlich ein kurzer Rückblick auf Hansa Rostock 2 vom Sonntag. Es sind viele tolle Fragen eingegangen, ich versuche natürlich alle zu beantworten an der Stelle. Ja, wir hatten einen super Teamausflug, in Anführungsstrichen, am Wochenende gehabt, wo wir die Chance hatten, einfach als Team nochmal näher zu rücken. Ja, was Besonderes für uns erleben zu können mit einer Reise nach Rostock, mit einer Übernachtung, gemeinsam Frühstück, Abendessen, alles was dazugehört. Und dann, ja, schon einer professionellen Anreise zum Stadion und, ja, in einem tollen Ostseestadion spielen zu dürfen. Mit einer, wie wir finden, sehr, sehr ordentlichen, sehr guten Leistung, mit einer reifen Leistung. Mit einer Leistung, die einfach für drei Punkte am Ende reichen muss. Und so ehrlich muss man sein, der Stachel steckt da dann schon tief direkt nach dem Spiel, weil du dieses Spiel nicht unentschieden spielen darfst. Wir müssen ganz klar frühzeitig das 3-1 machen, um Ruhe zu haben, um das mitzunehmen. Und auf der anderen Seite müssen wir in der Konsequenz oder an der Konsequenz einfach arbeiten, dass es zum wiederholten Mal in der Nachspielzeit dazu kommt, dass wir da ein Gegentor schlucken. Und ja, das müssen wir uns ankreiden, da müssen wir besser werden. Die Köpfe waren sicherlich hängend kurz nach dem Spiel, aber, ja, eine Stunde, eine Stunde später, zwei Stunden später auf der Rückreise war schon eine, ja, vernünftige Stimmung, so wie ich mir das auch vorstelle. Oder eine Stimmung, eine Aufbruchsstimmung, einfach den Blick nach vorne zu richten, aber auch eine kritische Stimmung mit allen Gegentoren und auch Verhaltensweisen, die wir teilweise dann in dem Spiel hatten, die zu Fehlern geführt haben, wurde einfach kritisch umgegangen. Und wir haben es dann am Montag sauber analysiert mit Marco, unserem Analysten und die Jungs haben das Ganze sehr gut aufgefasst und, ja, aktuell liegt der Fokus da ganz klar auf dem Spiel gegen Energie Cottbus. Ja, die Tabelle, wenn man jetzt zum zehnten Spieltag hinblickt, kann man natürlich auch mal langsam erwähnen, die ist eng. Hätte ich jetzt natürlich so nicht erwartet, welche großen Namen da auch aktuell um uns herum schwirren. Aber nach wie vor ist so eine Tabelle immer nur eine Momentaufnahme und interessiert uns wirklich in keinster Weise, weil wir einfach da weitermachen wollen, da anknüpfen wollen, wie wir es in den letzten Wochen auch spielen konnten. Mit einer sehr, sehr hohen Intensität, mit einer sehr, sehr hohen Aggressivität, teilweise auch mit einer Spielweise, die den Gegner ein Stück weit beeindrucken konnte, sodass auch wir den Stempel bestimmten Gegnern wie auch Erfurt oder Hertha aufdrücken konnten. Und ja, das soll auch morgen gegen Energie passieren. Es kommt eine absolute Top-Mannschaft, es kommt eine Mannschaft, die den direkten Aufstieg in die dritte Liga wahrnehmen möchte. Wir haben hier gespickt mit super Regionalligaspielern, mit einer hohen Erfahrung, mit einer riesen individuellen Qualität, einem Top-Trainer mit viel Erfahrung und einer Mannschaft, die uns nicht unterschätzen wird, weil die vergangenen Spieler einfach gezeigt haben, wozu wir in der Lage sind. Und alleine dieser Fakt der letzten guten Ergebnisse wird Energie hier sehr, sehr konzentriert und mit sehr viel Power und Wucht antreten lassen. Und wir dürfen uns unserer Sache absolut nicht sicher sein, wir müssen wieder bei Null anfangen, wir müssen ganz klar an die Zweikämpfe kommen, wir müssen dem Gegner wehtun über Laufbereitschaft und Intensität. Und ja, wir dürfen wieder mal das Fußballspielen nicht vergessen und da bin ich aber sehr optimistisch, weil wir es in den letzten Wochen auch trotz vieler Umstellungen, vieler Ausfälle, wir mussten das System wechseln für zwei Spiele, was morgen auch noch eine Option sein kann, ein Systemwechsel, weil immer noch nicht klar ist, wer nun ins Team zurückrückt, gerade in der Zentralen, wissen wir nicht, ob wir alle Spieler fit haben. Und ja, das wird ein spannender Freitag, ein schöner Freitag, ich hoffe unter Flutlicht gut besucht, der Gegner wird viele Fans mitbringen, Eilenburg wird präsent sein und ja, ich freue mich einfach auf euch alle morgen und ich hoffe, wir können euch ja das nächste super Spiel liefern und wieder mit einem super Ausgang. Wir geben alles, wir sind da, wir freuen uns auf euch, bis morgen, ciao, ciao. FTE, FTE Wir lassen deine Fahnen wehen FTE, FTE FTE FTE